Ich spritze bei meinen Kartoffeln 250 Gramm Simoxanil, das ist ein systemisches Fungizid, plus 2,5 Liter Chlorothal 500, das ist gegen Krautfäule und speziell gegen Alternaria Dörrfleckenkrankheit. Und zusätzlich EPSO Mikrotop Bittersatz mit Spurenelementen, 10 Kilo die Hektare. Hier in meinem Spritzmittellager, eine umgebaute Garage, dient mir jetzt zur Lagerung all meiner Spritzmittel. Mit den allgemeinen Warnhinweisen und Telefonnummern für Notfall, die von Swissgap gefordert sind. Und hier im Schrank, Schutzanzug, Handschuhe, Schutzmaske, Brille, Notfallset. Ist hier alles griffbereit und noch obendrauf ist noch Ölbinder gelagert.